Was haben wir hier noch so? Oh, ein Haufen Gegner. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will... Ich will nicht die ganze Zeit gegen Goblins kämpfen. Goblins sind so langweilig und anstrengend. Ich muss jetzt immer... ...Schnellspeichern machen, weil ich... ...die ganze Zeit sterben könne. Aber ich mach mal dahin her. Die Rüstung sieht zwar komisch aus... Uh, es verschwimmt, wenn ich mich schnell bewege. Jetzt hat mein Computer bei sich keine Probleme. Ah doch, ich dachte schon. Aber ich werde mir jetzt erstmal meine Rüstung anlegen. Ausrüsttürmen. Ausrüsttürmen. Okay, was ist das hier? Klauen. Aha, meine Klauen haben noch nichts. Kann ich auch eine Waffe anlegen? Schade. Und dann hätte ich gerne nochmal ein paar Pluspunkte für meine Fähigkeiten. Drachenheilung. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe jetzt vier Punkte. Ich will auf jeden Fall Drachenzorn. Ihr fügt allen Gegnern in einem großen Radius um euch herum 240 Magieschaden zu. Wisst ihr, wie geil das ist? Das ist sozusagen Notfall. Wenn mich die Gegner übermannen. Drachenzorn. Dann hätte ich noch gern eins auf Drachenart. Ja. Dann noch eins auf Flammkugel. Und dann hätte ich noch gern eins auf Drachenheilung. Ach, warum nicht? Kann nur gut sein. Was ist das hier noch? Drachenschild. Ach so, da habe ich dann bessere Verteidigung. Und Gefährdenbeschwören. Ja, kenne ich ja. So, und zwar... Die Gegner kann ich nicht töten, die am Boden sind. Aber wir können ja mal ein bisschen weiter fliegen. Yay, ich bin ein Drache. Wuhu! Ich finde das toll, dass ich fliegen kann. Fliegen ist doch das Geiste, oder? Ja gut, ich will jetzt erst mal... Werte ich hier irgendwas finden? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich werde etwas finden. Ich werde jetzt hier mal landen. Was findet man hier alles so Schönes? Tö, 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 tö. Kann ich reingucken? Nein, natürlich nicht. Ich kann Kaninchen töten. Oh, ich habe es schon... Oh, das tut mir aber leid. Ich musste es hier nicht mehr schlagen. Ah. Wann ich wohl meine Kaninchen... Also genug Kaninchen getötet habe, damit ich, äh... Normal komme ich hier nicht hoch, ne? Damit ich das Riesenkaninchen bekämpfen kann. Ich weiß es nicht. Hm. Was ist denn das eigentlich da oben? Ich hoffe, es ist irgendwas Gutes. Zeppelin-Stabilisationskristall. Cool. Verschlossen. Super. Das hat sich ja voll gelohnt. Und wette nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr in einen Drachen verwandeln, weil ich eine gewisse Zeit warten muss? Ihr kann mich nicht in einen Drachen verwandeln. Bitte was? Und jetzt vielleicht? Hm, nein. Ha, ha, ha. Ich bin gesprungen und habe mich verwandelt. Hi, hi. Oh. Oh, ich kann gar nicht weiter. Ja, das ist ja schade. Moment mal. Ich will mal kurz was gucken. Keine Anti-Drachen-Zone, gut. Aber hier? Aha. Tja. Tja. Moment. Hier ist eine Anti-Drachen-Zone. Die wird aber nicht nur so klein sein, oder? Ich glaube nicht. Warte mal. Ja, ist nicht gut. Ich sollte mich da nicht so nah dran wagen. Aber dich mache ich kaputt. Ha. Und du gehst kaputt. Und... Äh. Wo ist? Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Wo muss ich eigentlich hin? Sagt mal. Kann mir das mal einer sagen, hier? Stopp. Was passiert, wenn ich da... Äh, natürlich. Kannst du nicht rein? Ist nicht. Und auch nicht. Wozu bin ich eigentlich ein Drache, Sacha? Kann mir das mal jemand erklären? Wozu bin ich ein Drache, wenn ich nicht lang da? Kann ich eigentlich drüber fliegen? Nö. So. Wie gesagt, ich habe ja... Es ist ja ab jetzt blind. Komplett. Und deswegen... Tja. Was kann ich sonst so machen? Komme ich irgendwo vielleicht hin? Komme ich hier hin? Dieser Ort scheint gut geschützt zu sein. Wahrscheinlich gibt es dafür einen triftigen Grund. Okay, ich bin gerade etwas erschrocken gewesen. So ganz dezent. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist eine unsichtbare Barriere. So ein Scheiß. Wozu ist mein Drache, wenn man nirgendswohin kann? Komm ich... Oha. Uh. Wo bin ich denn hier eigentlich, sag mal? Ich muss mir das hier mal von oben angucken. Zeig mir das mal von oben. Wo komme ich hier? Aha. Na, da komme ich nur nach Dingens. Ne? Ich denke schon. Ach, Trommertal heißt die Kacke. Ja, ja. Ist klar. Komme ich da noch weiter? Nein. Ne, ne, ne. Ich lasse es. Ich werde dann nur vergiftet und das ist uncool. Ich muss mir das erst mal alles von oben angucken. Vor allem das hier. Komme ich hier vielleicht irgendwie hin? Ach, hier ist gar nichts. Na, das ist ja ganz toll. Aber hier ist was. Uhu. Und das Spiel lag gar nicht. Ja. Tja. Das heißt also, ich kann mich immer in den Drachen verweilen. Das finde ich gut. Ich wette, das ist dieses Portal, das ich dann dahinter kann. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich gehe jetzt erst mal hier hin. Und will gucken, was ich hier machen kann. Ist das cool. Finde ich gut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier reingehe? Keine Ahnung. Ich will aber nicht sterben, ne? Okay, hier ist es recht heiß. Scheint es mir. Und ich brauche erst mal Holger. Ganz dringend. Erwache, mein Tierchen. Gut. Oh, Spiel. Jetzt hör doch mal auf damit. Oder Computer oder was auch immer. Kann ich hier eigentlich reinkommen? Nö. Alle höchsten verbrennen. Was genau ist denn das? Ich will. Wie geht es? Dies ist das? Zieh. Wie geht es denn? Ja. Wie geht es denn? Nee. Jan Cal outro. Versteck. Kommt, sterbt jetzt, damit ihr mir im Tode dienen könnt. Nö. Wollt ich jetzt eigentlich nie? Was genau muss ich hier tun? Lasst mich raten, ich soll mich in einen Drachen verwandeln und irgendwas machen? Womöglich, ja. Okay. Mach ich. Stirb. Oder auch nicht. Geil. Äh, ja. Ist ja ganz nett hier, ne, aber... Achso, von da komme ich. Was genau? Soll ich vielleicht hier hin? Eh. Los, nicht runterfallen, ne? Das Arme. Spiel. Was passieren, wenn ich da runterspringe? Sterbe ich dann? Ich habe keine Ahnung, aber ich will es gar nicht austesten. Hi. 22, sag mal, bist du das Wahnsinn? Ich könnte jetzt einen Trank... Ich könnte vor allem Holger gebrauchen. ...ein tragen. Ich bin schwerfällig. Ich weiß. Fuck you. Tja. Tja. Ich glaube... Äh... Level 2... Dieser Ort scheint gut geschützt zu sein. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Triften. Ja. Ich glaube, mit unseren... Mit unserer Stufe 20 ist das noch ein bisschen hart. Habe ich so im Gefühl. Dezent. Ich glaube, ich möchte da noch nicht hin. Hehe. Ich geh da mal. Du bist übrigens auf dem Wasser, ne? Nur so... So Anmerkungen. Tja. Dann schauen wir mal, ob es vielleicht was Einfaches irgendwie hier gibt. Äh... Ach du Scheiße. Äh... Äh... Ich lebe noch. Oh. Warum sollte ich ihn nicht behalten? Er passt gut zu meinen Augen. Was? Deine Augen sind auch ohne den Ring schön. Das gehört sich einfach nicht. Es muss einen Weg geben, um in den Bunker zu gelangen. Vielleicht einen Teleporter. Äh... Ich weiß zwar nicht, warum du das jetzt gerade so gesagt hast. Viel zu spät, aber ist auch egal. Was ist denn das Problem, meine Damen? Eine Leiche wurde an den Strand gespült und ich habe ihr diesen Ring abgenommen. Klar, es tut mir leid, dass der arme Mann tot ist, aber er kann ja nichts mehr mit dem Ring anfangen, oder? Karin, wie kannst du nur so taktlos sein? Wir müssen herausfinden, wer dieser Mann ist und den Ring seiner Familie geben. Wo ist eigentlich die andere Frau? Ähm... Ihr habt recht. Findet die Familie wohl... Ob ich den Ring nehme? Scheiß drauf. Ich glaube, ihr beide liegt falsch. Ich sollte mir den Ring nehmen. Jetzt. Was? Aber... Widersprich nicht, Karin. Gib den Ring und lauf. Das war ganz schön gemein. Keine Ahnung. Ich wollte gucken, ob da was Besonderes ist. Wow, benötigst Stufe 22 und kann was? Plus zwei Intelligenz? Äh, du bist ja scheiße. Du scheiß Ring. Spiel. Alter. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Am besten, ich bewege mich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich bin kurz davor, rauszuklicken. Um zu gucken, was mein Computer nebenbei macht. Darf ich mal hier in die Kisten gucken? Dankeschön. Ähm... Ach du Scheiße, da gehe ich doch nicht hin. Ihr seid doch des Wahnsinns. Tja. Wie man sieht, ist hier voll viel los. Ne? Hier ist es voll toll und so und... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Drachen komme ich fast nirgendwo hin. Oder sterbe. Keine Ahnung. Ist schwierig. Was wohl passiert wäre, wenn ich die Frauen... Ob die mir geholfen hätten? Ach Scheiße. Ich bin kurz davor, neu zu laden. Mach ich jetzt auch. Ich bin doch gut. Oder so. Nee, das ist das Falsche. Äh... Ne, ich wollte nicht speilen. Ich wollte laden, ihr Vollidioten. Laden! Ja. Jetzt labert mich die Alte nochmal voll. Halt die Klappe. Dieser Ort scheint, gut geschützt zu sein. Ich weiß. Wahrscheinlich gibt es dafür einen triftigen Grund. Halt die Klappe. Ich will jetzt erstmal... zeigen, dass ich gut bin. Hi. Ich bin nur ein Drachen, ne? Warum sollte ich ihn nicht behalten? Er passt gut zu meinen Augen. Deine Augen sind eine Leiche, wo du einen hasst. Karin, wie kannst du nur so taktlos sein? Wir müssen herausfinden, wer dieser Mann ist. Und den Ring seiner Familie geben. Krisch. Ihr habt recht. Findet die Familie, erzählt den Menschen, was passiert ist und gebt ihnen den Ring zurück. Ganz genau, Drachentöter. Komm, Karin, wir müssen einige Nachforschungen anstellen. Also gut. Ich glaube, das ist das Richtige. Dennoch schade. Wie schön er glänzt. Das hat er aber fein gemacht. So brav. Nee. Jetzt geht's mir besser. So. Jetzt hätte ich aber gern Holger. Ich weiß, du wolltest jetzt wieder was sagen. Aber es ist mir egal. Schnapp uns einen Weg geben, um in den Bunker zu gelangen. Vielleicht einen Teleporter. Das fällt ja ziemlich schnell ein, ne? Ich probiere mal, die zu töten. Wenn das Spiel nicht so hängen würde. Kann man so scheiß. Noch nicht. Sterbt alle. Sterbt. Sterbt. Oh Gott. Wir müssen sterben. Sterben. Ich hau dich. Ich hau dich. Ich hau... Oh Gott. Ich... Ja, ich weiß. Ich will mich gar nicht gut. Ich weiß. Ihr wollt immer noch Kloppen, ne? Ist Holger tot? Nee, da ist noch Kloppen. Gut. Ich dachte schon. Stirb. 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 Noch nichts. Ihr müsst sterben, verdammt. Habt ihr das nicht gehört? So, und der läuft jetzt weg, oder was? Na los. Gib auf. Hehehe. Hat das denn noch mehr? Oh Gott. Euch hat keiner lieb. Euch hat keiner lieb. Keiner. Auch nicht. Ich hau euch. Ich hau euch. Ich hau euch. Ich hau euch. Hehehe. Ja, da guckst du, du kleiner Sch... Abo. So. Du bist weg. Ich komm nicht ran, aber der ist jetzt eh totgut. Super. Danke, Holger. Weißt du noch mal welche? Hehehe. Weil ich so gut kann. Bei diesen Felsvorsprüngen ist etwas. Der Wasserfall. Ich weiß. Scheiße, ich muss stehen, damit ich zaubern kann. Ach man. Ja, wenigstens macht Holger das. Das findest du mal. Ach so, jetzt. Okay, alles klar. Ist natürlich ungünstig gerade, dass ich nicht stehen kann im Wasser. Ich spüre etwas in unserer Nähe. Ein mächtiges Wesen. Ein sehr mächtiges Wesen. Schön für dich. Meinst du, das juckt mich? Merkt ihr mich gar nicht, oder was ist los? Leute. Hallo? Verdammt. Kein Mana mehr. Tja, das ist ja ungünstig, ne? Jawoll. Jawoll. Ich find das lustig, wenn sie das sagt. Das ist so dämlich. Stürme. Dann. Kein Mana mehr. Halt die Klappe. Du weißt es selber. Und du stirbst auch. Wälder Wicht. So, schön Gegenstände sammeln, die man dann verhökern kann. Alter, du hast mir das schon mal gesagt, dumme Kuh. Nur ist das Problem, mit wem handel ich eigentlich? Ich habe keinen Händler, ich habe nur den, der Leichenteile verkauft. Und der nimmt ja keine Schwerter und Rüstungen an und so. Tja. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was hinterm Wasserfall ist. Mal schauen, ob sie es jetzt nochmal sagt. Ja, ha. Ich stelle halt was in unserer Nähe. Ein mächtiges Wesen. Ein sehr mächtiges Wesen. Okay. Ich lebe noch. Auf jeden Fall. Das war jetzt das Spiel. Käste. Mit Löffel. Mhm. Ist gut. Ist okay. Ach. Um Gottes Willen. Oh Gott. 23. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Nee. Alla. Lauf. Lauf damit. Stopp. 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 Mama. Mama. Ich bin schwer verletzt. Ich würde sagen, wir sind voll gearscht. Obwohl ich jetzt schon ein paar Level mehr habe, bin ich irgendwie zu schwach für alles. Ach du Scheiße. Und jetzt ruft auch noch mein Vater an. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und Tschüssi.